Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute der Vergleich zwischen dem Intel Core i3-4360 und AMD FX6300. Wenn ihr weitere Vorschläge für Prozessoren habt, schreibt diese unten in die Videobeschreibung. Unten in der Videobeschreibung ist auch der Link der Webseite, von der ich die Daten und Grafiken beziehe. Ja, würde ich mal sagen, fangen wir jetzt an. Los! Im Cinebench R11.5 64-Bit Single-Core-Test hat der Intel Core i3 1,5 Punkte, während der AMD FX 1,07 Punkte erreicht. Im Multi-Core-Test hat der i3 4,01 Punkte und der FX6300 4,92 Punkte. Das liegt daran, dass die Single-Core-Leistung bei Intel-Prozessoren etwas stärker ist, gerade bei diesen beiden Modellen im Vergleich. Allerdings AMD ja mehr Kerne besitzt, somit schneiden diese im Multi-Core-Test besser ab. Im Test der integrierten GPU hat der AMD FX6300 0 Punkte, das liegt daran, dass dieser keine integrierte Grafikeinheit besitzt. Und der Intel Core i3-4360 hat 17,3 Punkte. Im Geekbench 3 Single-Core-Test hat der i3 3,945 Punkte und der AMD FX6300 2,073 Punkte. Im Multi-Core-Test ist das Ergebnis sehr eng beieinander. Hier führt sogar der Intel Core-Prozessor mit 8,278 Punkte, während der FX6300 8,142 Punkte hat. Im Passmarkt CPU-Mark, wo alle Kerne genutzt werden, hat der Intel Core i3 5,255 Punkte und der AMD FX6300 6,384 Punkte. Abschließend kann ich sagen, dass beide Prozessoren gut sind, gerade im Einsteiger-Gaming-Bereich bei Gaming-PCs für 400, 500 Euro. Es ist ein engeres Kopf-an-Kopf-Rennen, würde ich jetzt mal so sagen, ob Intel oder AMD. Der Intel-Prozessor wird nicht so heiß, muss nicht so krass gekühlt werden. Da würde sogar der Boxit-Lüfter noch halbwegs gut reichen. Und er hat eine niedrigere TDP, bedeutet er verbraucht weniger Strom. Aber im Vergleich zum AMD FX6300 ist die Leistung ziemlich ausgeglichen. Kommt darauf an, ob die Programme, die man gerne nutzt, Multicore oder Single-Core unterstützt. Ja, das war's dann auch schon mit diesem Video. Wenn ihr noch Prozessoren wisst, die ich miteinander vergleichen soll, schreibt mir diese bitte unbedingt unten in die Kommentare, damit ich da auf eure Vorschläge hören kann. Das war's. Ciao Leute. Bis zum nächsten Video.